Arlington, Texas. Das Zuhause von Amerikas verrücktesten Sportler-Clan. Die neue Serie über ein Familienunternehmen im Wrestling-Zirkus. Diese Halle ist das letzte, wo ich am Samstagabend sein will. Aber hier drin steckt eben das Herzblut von Mike und den Jungs. Und wenn ich nicht hierher komme, sehe ich weder die Kinder noch Mike. Ihr kämpft nicht mehr im Haus. Abgemacht? Nein. Kann eine Familie in diesem Business glücklich bleiben? Ring frei für die Bassi-Bande. Die neue Serie. Sonntag 18.15 Uhr auf DMAX.